Willkommen zurück zu Super Mario Bros. Ja, in der letzten Folge haben wir einen Geheimgang gefunden, wodurch wir auf einmal in Level 5 waren. Und gleich am Anfang fallen wir. Und das war lustig. Nungung muss doch hier ein... Felt sein. Gefunden. Dafür war eigentlich gedacht. Und da ist noch was. Nein! Unter Wasser! Einfach nur noch durch. Einfach nur noch durch. Ich hab's doch unter Wasser. Super gemacht, mach ich hier. Tut mir leid, ich hab ihn gerade. Also, es gab kein Leck oder so, aber ich hab ihn gerade nur nachgeguckt. Und mein Mikro an ist Mario. Du sollst in die andere Richtung. Du sollst da einmachen. Selbst ein Unsterblichkeits-Ding reicht nicht auf, um unsterblich zu sein. Ich hab schon mal erwähnt, dass ich das Spiel mag. Nein, ich mag das. Mögen tue ich das schon. Hm, ich will mich von der Spiegel gerade. Au. Schwierig. Mist, ich habe die Hände gebraucht. Wow, war das Glück. Ah, schon geändert, das ist gut. So ungefähr eine Minute. Okay. Oh, das wird blöd. Kommt runter. Ach ja. Nee, 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 ich habe gerade irgendwie verwechselt mit einem Freund. Und gerade, wo ich kurz auf die Uhr schaue, sterbe. Weil Mario natürlich denkt, wenn er abgelenkt ist, könnte ich ja weiterlaufen. Und da denkt Mario einfach, ich könnte mal sterben. Ich habe hier nichts anderes zu tun, mit meinem scheiß langweiligen Klempnern-Leben. Scheiß Kumpel. Wow, er hat knapp. Den Fills brauche ich. Wieso leckt das? Es leckt. Es hat geleckt. Es hat geleckt. Und jetzt wieder. Wow. Ich habe null Ahnung, warum es geleckt hat. Jetzt ist es wieder flüssig. War nicht mal Antivier. Was immer dran gefüllt ist, aber... Durch mal war es nicht ein Pumschot. Deswegen weiß ich nicht, warum. Ja, Mario kann jetzt auf einmal ein neuerdings kleines Kumpel machen, so wie man irgendwann später in der Bock braucht. So, ich nehme Pild, Mario. Ich speichere, Mario. So, weiter, Mario. Lauf noch nie rein. Ach, Mann. Na, Mario. So blöd. Und. Das ist mal lustig, weil gerade in dem Moment hat es bei mir geleckt. Ich weiß nicht, ob es das bei euch geleckt hat. Ich kann es ja nie wissen. Weil ich habe mir schon mal ein paar Videos angesehen, die ich gemacht habe. Weil man meinten, dass es bei mir gar nicht geleckt hat. Weil, ähm... Es hat geleckt, obwohl es nicht geleckt hat. Also, es ist merkwürdig. Aber solange es läuft, ist alles okay. Ah, wir sind jetzt schon in der Festung. Ich wollte was ausprobieren. Ich wollte es ausprobieren. Wie im anderen Video, wo ich dann oben auf dem Dach, könnte man sagen, lang gelaufen bin und dann konnte ich schön ausweichen. Das hat leider nicht funktioniert. Das hat leider nicht funktioniert. Ja.